Ok. Und das jetzt? Denkt mal nicht, dass er hier das Seil nutzen kann. Funktioniert das? Aha, perfekt. Sag ja, ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass das kein gutes Ende nimmt. Oh mein Gott, Munition. Wenn es Munition gibt, dann gibt es auch immer was zu schießen. Ihr wisst es, ich weiß es. Wir alle wissen es. Wo ist jetzt der natürliche Weg nach unten, ohne sich umzubringen? So wie es aussieht, unten. Unten rum? Noch weiter runter? Ich wüsste ja nicht nach oben. Geht es hier nach oben? Ja, hier. Ah, ok. Da geht es nach oben. Ich dachte jetzt schon, ich wäre fast nach unten gegangen. Ja, liebe Laura, das finde ich auch. Es ist viel zu ruhig. Es werden Gegner auf uns warten. Definitiv. Und uns mal auf jeden Fall die passende Waffe auswählen, denn jetzt wird gekämpft. Es ist unerdingbar. Denkbar. Das ist ein bisschen wenn ich bin. Okay. Das war's für heute. Oh mein, hier wird ganz schön viel gekämpft. Okay, wir verteilen hier Kopfschlösser, ich glaub das könnte ganz gut sein. Werden wir denn treffen? Okay, wir haben jetzt noch da hinten einen. Oh, da kommen neue. Ähm, nein. Okay. Nein, 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 Lara, nein, 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 Lara. Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Okay. Okay. Okay, weiter hoch. Oh nein. Oh je. Okay. Oh Mist. Was macht der? Nein. Oh nein. Okay, das kann nicht gut ausgehen. Oder doch? Komm schon, Lara, halt dich fest. Okay, wir sind zu spät abgesprungen. Okay. 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 Ähm. Okay. Ähm. Und hier muss ich auch nochmal abspringen. Das ist ja ganz schön gefährlich. Das ist ja ganz schön gefährlich. Hm. Ein bisschen zu spät. Ja, alle guten Dinge sind drei. Wenn es anfängt langsam zu werden, müssen wir springen. Das kann man sich ja relativ gut merken. Dann hier einmal schießen. Okay. Okay. Sehr schön. Hier nochmal. Oh, was für ein rasanter Seilbahnlauf hier. Wir haben es geschafft. Wir sind mal wieder entkommen. Hoch mit dir, Lara. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das hatten, Lara. Das bist nur du, die jedes Mal den komplizierten Weg geht. Weil die anderen halt einfach immer unglaubliches Glück haben. So. Das ist Lager der Überlebenden haben wir entdeckt. Ich sehe hier so einige Kisten. Seilrutschen. Hier noch etwa. Können wir... Mir scheint nichts zu sein. Hier ist diese Salbboje. Aber ich wüsste nicht, wofür ich die jetzt im Moment gebrochen fann. Aber ich würde es mal im Kopf behalten. Und da unten ist ein Lager. So müssen die doch eigentlich da unten sein. Hört ihr das? Ich habe es gehört. Das Geräusch eines starrtenden Motors. Oh Gott. Ich weiß, du willst dort runter. Aber ich möchte jetzt erstmal hier noch gucken, was hier so ist. Hier unten ist erstmal nichts. Die anderen sind bestimmt da unten und versuchen das Boot zum Laufen zu bringen. Was war das jetzt? Eine neue Zusatz-Herausforderung. Okay. Dann war hier sonst nichts. Ah. Ja. Nicht so empfindlich sein, Lara. Wir können uns erstmal hier ein bisschen umgucken. Da ist noch so ein Hügel-Grab-Ding. Sicher die anderen und den Motor. Also irgendwo hier sind sie. Jetzt hoffe ich halt einfach, dass das die Jungs und Mädels von uns sind und nicht jemand anderes. Denn das wäre vermutlich nicht ganz so prickelnd. Weil das ganze hier aber auch nach Gegnern aussieht, ich weiß es nicht. Wir brauchen den Bogen. Und dann die Seilpfeile. Das klappt nicht. Hm. Oh. Okay. Ey, aber wir haben einen Eber. Ausgebuddelt. Dann können wir hier weitersuchen. Dann noch stimmt die Kiste aus. Also Lara, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das ist echt unnötig. Dann auf Feuerpfeile wechseln. Dadurch können wir das runterschießen. Ja. Äh. Ich dachte, damit wird's vielleicht aufgehen. Man kann sie ja mal probieren. Das sah auf jeden Fall nach brennbarem Material aus. Ich weiß nicht. Ich würde halt schätzen, dass sie uns irgendwie hier finden. Das wäre so ein typisches Szenario. Und deswegen möchte ich einfach so viel wie möglich hier schon aberkundigt haben. Dann können wir hier noch eine Tür aufmachen. Ein neues Tagebuch. Hat mir schon lange keins mehr. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder. Und er erzählte mir von Panier, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Paniers grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht. Diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panier. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Jonah, Erkenntnis der Wahrheit. Jonah hat wahrscheinlich als Erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von hier wegzubringen. Ja, liebe Lara, darin arbeiten wir ja. Wir arbeiten daran. Denn wir wissen, dass sie alle von hier wieder weg wollen. Ach, da ist schon das Boot. Okay. Hier haben wir noch mal Munition. Oh, noch ein Tagebuch. Wie sonst haben wir denn jetzt hier? Das ist eine unbekannte gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die kleine hart dran. Reyes über Lara. Reyes hatte recht. Ich war naiv und Menschen wurden verletzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause kommt. Ja, liebe Lara. Leider haben wir in dem Punkt schon versagt, denn alle werden es auf jeden Fall nicht mehr zurückschaffen. Denn es sind bereits einige gestorben. Grim. Und es ist sehr schade, dass besagte Personen gestorben sind. Für mich. Hier ist ein geheimes Grab. Ja, Lara. Ahem. Oh. Das... War so nicht geplant. Und... Ich glaub wir haben jetzt wieder gar nichts eingesammelt und dürfen alles nochmal von vorne einsammeln. Yay! Oder wir haben alles noch eingesammelt. Hier ist alles weg. Hm. Vielleicht haben wir ja doch schon alles eingesammelt. Ich guck gleich nochmal nach den Tagebüchern, damit wir die nicht verpassen. Ähm. Okay. Das wissen wir. Wir haben hier ein... Ja. Geheimes Grab. Das haben wir jetzt mitbekommen. Aber wie wir da reinkommen, das haben wir noch nicht. Dafür fehlt uns Ausrüstung. Genauso wie uns wahrscheinlich ein verbesserter Bogen fehlt, damit wir... Ja. So Sachen wegräumen können. Das heißt, wir sind einfach noch nicht stabil genug. Um die Sachen einzureißen. Verdammt. Das kann ich noch nicht. Ist zwar schade, aber... Kann man auch nichts machen. Oh. Irgendwie... Irgendwie finde ich das traurig. Kann man die auch ausnehmen? Ja. Jetzt finde ich es erst recht traurig. So. Mal Klappen töten. Ich weiß nicht. Man kann Klappen töten, aber ich finde es jetzt nicht so tolle. Okay. Brauchen wir dafür ein Ding, oder können wir auch so? Das erst mal. Wir sammeln hier so viel, wie gesagt, Material ein wie möglich. Vielleicht können wir noch irgendwas aufwerten. Sodass wir halt auch die besseren Zeitpfeile kriegen. Oder was sonst noch so nötig ist. Was ist das? Oh. 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 Okay. Das können wir noch nicht. Das heißt, wir müssen uns da oben durchkommen. Ich will eigentlich die Fackel fallen lassen. Wenn Lara sie dann fallen lässt. So. Wir können uns von hier irgendwo hin mit nem Seil. Oder auch eben ne. Hm. Okay. Ich denke mal, wir gehen jetzt zu den anderen. Sagen, dass wir hier sind. Und... Oder gucken erst noch schnell am Lager, ob man noch was erlernen kann. Und dann... So. Genau. Wir haben nämlich wieder einen Fähigkeitenpunkt. Was ich sehr toll finde. Denn... Wir können jetzt den Ausweichskill Meister machen. Greifen sie nach einem Ausweichsmanöver an. Sind sie noch tödlicher und können nahezu jeden Feind ausschalten. Das finde ich sehr bald. Damit kommen wir gut weiter. Damit können wir jetzt noch unsere Ausrüstung aufwerten. So. Und da kommt jetzt die Frage, was werten wir auf? Wir können eigentlich nur zwei Sachen aufwerten. Immer noch die Handpistole und die Schrotflinte. Ich möchte die Handpistole noch ein bisschen aufwerten. Aber ich habe 305 und brauche hier wesentlich mehr. Wäre es hier möglich, etwas aufzuwerten, dann würde ich das nämlich noch machen. Unmantelter Schaft. Ein Unmantelter Schaft, der für weitere Stabilität beim Feuern sorgt. Das nehmen wir jetzt mit. Wir bleiben jetzt immer wieder beim Bergungsgut auf Null. Und da